Scheringham. Landluft kann tödlich sein. Teil 1. Die Leiche. Ein vollkommener Morgen. Das nenne ich Leben, was? sagte Ray Stroud, der aus der Fahrerkabine von Tom Vinings verrostetem Pickup kletterte und die Aussicht genoss. Vor ihm erstreckte sich das lange Gras der Wiese bis hinunter zum Fluss. Es würde wieder ein fantastischer Juni-Tag werden. Und ich werde um 50 Pfund reicher sein, wenn er vorbei ist, dachte Ray, der sein erstes Pint Hooky Ale unten im Ploumen schon schmecken konnte. Er beugte sich in die Fahrerkabine und nahm sein Frühstück, das er sich beim Straßenimbiss auf der Strecke nach Scheringham gekauft hatte. Es war noch warm. Wird wahnsinnig heiß heute, meinte er. Belass dich lieber nicht drauf, erwiderte Tom aus der Kabine. Mein Handy sagt, dass wir nachmittags Regen kriegen. Ray blickte auf und wischte sich den Mund mit seinem Ärmel ab. Was zum Teufel, wissen denn Telefone vom Wetter? Dann beobachtete er, wie ein kleiner Fahrzeugkonvoi am anderen Ende der Wiese auftauchte und holpernd über den unebenen Boden direkt auf sie zukam. Sind das die Chefs? fragte er. Kann sein, erwiderte Tom, stieg aus der Fahrerkabine und stellte sich neben Ray. Ray aß weiter, während er zuschaute, wie die Wagen an einer Ecke der Weide hintereinander parkten. Zwei Pkw's mit jeweils einem Insassen und ein Minibus voller Leute und Gepäck. Er beobachtete, wie die Fahrer mit Laptops und Umhängetaschen aus den Wagen stiegen und sich sofort zusammenstellten. Sie zogen Papiere heraus und zeigten auf verschiedene Stellen der Weide. In der Zwischenzeit glitten die Seitentüren des Minibusses auf und Ray schaute zu, wie sich die Leute aus dem Wagen hinaus drängten. Studenten, so wie sie aussahen. Er schaute zu, wie die Studenten Zelte und Kisten in den Schatten der Bäume schleppten, die an einer Seite der Wiese standen. Die beiden Bosse wechselten noch einige Worte mit der Gruppe und kamen anschließend auf den Pickup mit dem Anhänger zu. »Mr. Weining?« fragte der Größere der Männer. »Professor Cresswell, Western University, Fachbereich Archäologie. Ich glaube, wir hatten miteinander telefoniert.« »Ich bin Weining«, sagte Tom, ohne sich zu rühren. Ray grinste in sich hinein. Solange er Tom Weining kannte, hatte der Baggerfahrer eine besondere Gabe, Leute aus dem Konzept zu bringen. Vor allem solche, die das Sagen hatten. »Das ist Ray«, stellte Tom seinen Arbeitskollegen vor und nickte in seine Richtung. »Er geht mit und prüft alles, wenn ich baggere. Und er gräbt mit der Schaufel. Dafür braucht man gute Augen und ein starkes Kreuz.« »Ah, ja, klasse«, sagte Cresswell. »Schön, Sie mit an Bord zu haben, Ray. Haben Sie schon mal bei einer Ausgrabung gearbeitet?« »Nein«, antwortete Ray. »Aber mit Angraben kenne ich mich aus.« »Ah, sehr witzig, sehr witzig«, sagte Cresswell schließlich und nickte dem Mann neben sich zu, der sein Lächeln erwiderte. Ray sah den anderen aufmerksam an. Er kannte ihn aus dem Dorf. Der führte die Touristen durchs Dorf, leitete die Charingham History Tour. »Das ist Will Goodchild, der für mich die Ausgrabung beaufsichtigen wird. Will ist unser Experte für Römisches hier vor Ort. Stimmt's nicht, Will?« »Ja, ähm, selbstverständlich hat die Universität die Leitung«, fuhr Cresswell fort. »Doch soweit es Sie betrifft, ist Will Ihr, äh, Vorgesetzter. Also, ähm, Tom. Sie haben Ray hoffentlich eine Einführung gegeben, was die Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften betrifft? Wir wollen hier keine Unfälle haben.« »Keine Bange«, antwortete Tom und sah Ray an. »Ist nicht so blöd, wie er aussieht.« »Gut zu wissen«, Cresswell lachte unsicher. Im nächsten Moment erschrak er. »Oh, nein, Ray, ich meine, es ist gut zu wissen, dass Sie schon eine Einführung erhalten haben. Nicht, dass Sie...« »Kein Problem, Mr. Cresswell. Ich weiß, was Sie gemeint haben«, beruhigte ihn Ray. »Zum Plan für heute. Ich habe meine Erst- und Drittsemesterstudenten da drüben, zusammen mit einigen erfahrenen Freiwilligen. Sie bauen gerade das Camp auf.« Er lächelte breit, merklich darum bemüht, seine Autorität zu wahren und zugleich den Arbeitern gegenüber, Jovialität auszustrahlen. »Und Sie haben strikte Anweisung, Tee zu kochen«, fuhr er fort. »Ohne Tee kann man ja nicht graben, was? Später am Vormittag werden noch Baustellen, Toiletten und ein Imbisswagen kommen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, hat Will hier das Kommando. Irgendwelche Fragen?« Ray schaute auf seine Füße. »Eines noch«, sagte Cresswell. »Denken Sie immer an die Zeit.« »Was meinen Sie?«, fragte Tom. »Wir haben vier Wochen. Nur vier Wochen für diese Ausgrabung. Dann will der Farmer seine Weide zurück. Daher können wir uns keine Verzögerungen, egal welcher Art leisten. Auf eine erfolgreiche Ausgrabung, Mr. Goodchild.« Er klopfte Will auf die Schulter, drehte sich um und ging über die Wiese zu seinem Wagen zurück. Die drei Männer blickten ihm nach. Dann wandte Goodchild sich zu den anderen beiden. »Sie müssen nicht warten, bis der Tee fertig ist. Legen Sie ruhig schon los und bereiten Sie gleich ein oder zwei Gräben vor. Klingt das nach einem Plan?« »Muss es wohl«, antwortete Tom. Goodchild zeigte hinunter zum Fluss. »Die Luftaufnahmen und die geophysischen Daten zeigen einige sehr interessante Konturen auf dieser Wiese und in dem Waldstück, das Sie da unten beim Zaun sehen können. Ach, bevor ich es vergesse, die restlichen Bäume dort müssen als erstes weg. Sie haben doch Kettensägen mitgebracht, nehme ich an.« Ray nickte und schaute den Hang hinunter, »wo sich der Wald ein Stück weit auf die Wiese ausgedehnt hatte.« »Sehr schön. Also es ist gut möglich, dass sich irgendwo unter dieser Weide oder in dem Wald dort ein bedeutendes römisches Bauwerk befindet.« fuhr Goodchild fort. »Wir wissen jedenfalls mit Sicherheit, dass einst dort eine Straße war. Und das Faszinierendste an dieser Sache ist, diese Straße könnte tatsächlich zu einer Furt oder sogar zu einer antiken Brücke über die Temse geführt haben. Falls wir da fündig werden sollten, wäre es eine Wahnsinnsentdeckung. Sicher sind Sie genauso gespannt wie ich.« In Wahrheit war dies Ray vollkommen egal, denn er dachte nur an seinen Lohn und an den Imbisswagen, der später kommen würde. Ihm entging nicht, dass Goodchild ein bisschen mehr Enthusiasmus erwartete. »Aber wegen einer Brücke? Dafür war all das Theater hier?« Ray hatte gehofft, dass sie nach einem Schatz suchen würden. »Garantiert würde Ray nicht reich werden, wenn er Überreste von einer alten Brücke fand.« »Aber eines nach dem anderen. Zunächst wollen wir einige Probelöcher graben, um einen groben Überblick zu bekommen. Was? Wie hört sich das an?« »Hört sich gut an«, antwortete Tom. »Schön. Sobald Sie die letzten Bäume gefällt haben, lasse ich da unten einige Pflöcke einschlagen und Schnüre spannen, um den ersten Graben zu markieren. Sie stoßen dann mit dem Bagger dazu, wenn Sie soweit sind, ja?« »Wird umgehend gemacht«, versicherte Tom. Trotzdem rührte weder er noch Ray sich von der Stelle, um mit dem Fällen der Bäume zu beginnen. »Also, flink ans Werk«, sagte Goodchild und starrte sie beide an. »Und nicht vergessen, wir haben nur vier Wochen Zeit.« Goodchild ging ein paar Schritte rückwärts, drehte sich dann um und eilte über die Weide zu seinem Wagen. »Das heißt wohl, wir kriegen keinen Tee«, stellte Tom fest. »Und es gibt dir auch keinen verfluchten Schatz«, murte Ray. Tom löste die Baggerketten auf dem Anhänger. »Am Ende des Tages bekommst du deine Kohle. Wenn du fertig nachgerechnet hast, wie viel Geld du für Bier und Gras brauchst, kannst du mir helfen, den Bagger runterzubekommen.« Ray nickte. Tom war hier sein wahrer Boss. Ray schaute zu, wie Tom ans Ende des Anhängers ging und die Rampen hinunterließ. Ein Sommergewitter Zwei Stunden später hatte Ray so hart gearbeitet, dass er in Schweiß gebadet war. Erst hatte er die Kettensäge angeworfen und die letzten Bäume direkt bis zur Zaungrenze gefällt. Das Schnittholz hatte er stapelfertig runter ans Flussufer geschleppt. Und während sich Ray die ganze Zeit überkrumm geschuftet hatte, war Tom oben am Weidenrand im Schatten geblieben, hatte Tee getrunken und mit den Studenten geplaudert. Ray blickte zum dunklen Wald gleich hinter dem Zaun. Hohe Bäume im vollen Laub und dichtes Buschwerk. Nur wenige Sonnenstrahlen schafften es bis nach unten. »Da ist es garantiert angenehm kühl«, dachte er. Aber Ray war klar, dass der Boss es mitbekommen würde, sollte er sich wegschleichen, um sich eine kurze Pause mit einem Joint zu gönnen. Wenigstens wehte hier unten am Fluss eine leichte Brise. Und Ray ließ die Umgebung auf sich wirken. Der Anblick hier war nicht viel anders als der von der Landschaft, die er wenige Meilen flussabwärts in Charingham von seinem nicht ganz so hübschen Kahn aus betrachten konnte. Auf einmal hörte Ray ein lautes Knacken aus dem Wald, als wäre jemand auf einen morschen Ast getreten. Ray drehte sich um und spähte in die Dunkelheit unter den Bäumen. Er bemerkte eine flüchtige Bewegung. Irgendein Tier? Ein Wildschwein vielleicht? Nein, das musste jemand sein, der die Weide beobachtete. Es war tief im stillen Wald nur flüchtig zu sehen gewesen. Doch ja, es hatte sich um ein Gesicht gehandelt. Ray blinzelte, wischte sich abermals den Schweiß ab, verengte die Augen im grellen Sonnenlicht und schaute in die Dunkelheit hinein. Ja, da war es wieder. Eine Bewegung. Ein Mann. Eindeutig. Und wer war das überhaupt? Ein übergeschnappter Vogelbeobachter vielleicht? Ray sah den Hügel hinauf zu den Fahrzeugen und dem Bagger. Alle Studenten waren noch da, sie stellten Tische und Zelte auf und legten das Werkzeug bereit. Und Goodchild beugte sich gerade über die Papiere, die auf einem der Tische lagen. Wieder blickte Ray zum Wald. Der geheimnisvolle Mann war verschwunden. Und Ray war mehr als mulmig. Ich habe dir doch gesagt, dass es Regen gibt, erinnerte ihn Tom, der im Führerhaus saß. Ray schaufelte noch eine Ladung dicke, nasse, schwarze Erde in die Schubkarre und sah nach oben zu dem Baggerfahrer in der hohen Kabine. Tom grinste. Da drinnen blieb er vollkommen trocken. Tom ließ den Motor aufheulen, tauchte die Baggerschaufel in die Erde, hob sie an und setzte sein Gefährt zurück, um eine Drehung zu vollführen, die beinahe unmöglich aussah. Der Kerl konnte mit seinem Bagger umgehen. So viel stand fest. Ray steckte das Blatt seiner Schaufel in die weiche Erde. Dann nahm er die Schubkarre auf und schob sie den Hang hinauf zu dem großen Erdhaufen. Heute hatte er schon dreißig Fuhren gemacht und war erledigt vom Graben in einem Erdboden, in dem es noch viele knorrige Baumwurzeln gab. Verdammter Untergrund! Und völlig durchnässt war er auch noch. Anscheinend waren alle anderen geschützt. Die Studenten und Freiwilligen standen dicht gedrängt unter einem großen Pavillon, tranken ihren verfluchten Tee und warteten, dass der Regen aufhörte. Tom und er hatten drei flache Gräben in unterschiedlichen Bereichen der Weide ausgehoben. Jedes Mal unter strenger Beobachtung von Goodchild und den anderen, die mit Kellen und Eimern bereitstanden. Es war eine Arbeit mit ständigen Unterbrechungen, bei der Ray und Tom immer wieder ein bisschen gruben, dann warteten, während die anderen nach weiß der Himmel was suchten. Schließlich war Goodchild auf den Bagger zugegangen und hatte eine Hand in die Höhe gereckt, um sich Gehör zu verschaffen, als stünden sie mitten in einem Tornado und nicht bloß in dichtem Regen. Wir haben noch Zeit für einen weiteren Graben, was Jungs, bevor wir für heute Feierabend machen, nicht? Goodchild hatte noch einen Bereich am Waldrand markiert, wo sie graben sollten und war im nächsten Moment schon wieder nach oben verschwunden. Für ihn ist ja alles in bester Ordnung, denn er hockt ja nur in seinem Wagen herum und hört Radio, dachte Ray. Er ging vorsichtig im weiten Abstand an dem fahrenden Bagger vorbei, sodass Tom stets gut sehen konnte, wo er gerade war. Dann stellte er die Schubkarre ab und schaute zu, wie die große Baggerschaufel 15 Zentimeter Erdschicht in markierten Bereich abtrug. Ray! Er drehte sich um und sah, dass Tom den Kopf aus dem Seitenfenster des Führerhauses streckte und ihn zu sich winkte. Ray, guck dir das mal an, ja? forderte Tom ihn auf und nickte zum Graben. Ray schritt behutsam an der Seite des markierten Bereichs entlang. Der Graben war etwa sechs Meter lang, anderthalb Meter breit und dreißig Zentimeter tief und, wie Ray zugeben musste, sehr sauber und ebenmäßig ausgehoben. Aber in der Mitte des Grabens...